Bundesliga-Saisonprognose 2022-2023 Gerne mitmachen, eine große Runde wäre ja tatsächlich sehr, sehr feierbar Letztes Jahr waren es auch schon einige dabei Und bevor ich hier lossehe, mit Platz 18 bis Platz 1, also von unten nach oben gehe ich Ist es noch ganz wichtig, kleine Änderung, weil mir meine Prognosen in den letzten Jahren so ein bisschen zu lange gingen Gibt es ein paar Infos gesammelt in Grafiken neben mir Also sowas wie Platzierungen, Beispiele der Ab- und Zugänge haben wir da auch mit dabei Wir haben Kadermarkt, Welt und Größe, wir haben Trainer, Vorbereitung, Pokal, Saisonstart Dass ich halt nicht alles quasi auch sagen muss, ein paar Sachen einfach in Grafiken neben mir Ich quasi sage nur meine Prognose, so grob gesagt Und begründe sie natürlich Und natürlich auch noch zu sagen, heute, 3.8. Transferfenster offen bis zum 1.9. Kannst ja noch einiges tun, fast einen Monat noch offen das Transferfenster Deswegen Stand von hier, 3.8. immer schwer Wenn das Transferfenster doch einen Monat läuft, da schon akkurat zu prognostizieren Weil sie eben noch viel tun könnte, auf dem Markt bei einigen Verein wahrscheinlich auch tun wird Also gehen wir rein, natürlich gerne eure Meinung in die Kommentare Und gerne auch eure Prognosen in die Kommentare Auf Platz 18 der VfL Bochum Die hatten teure Abgänge Der Kader und Voraussetzungen sind schlicht und ergreifend am schlechtesten von der gesamten Liga Marktwert und so weiter Haben auch, muss ich betonen, den Goat Förster geholt von uns Ganz frech, muss man aber hier erwähnen Starker Trainer, hat sie drin gehalten letzte Saison Vorbereitung im Pokal, auch vollkommen okay, im Pokal weitergekommen Saisonstart, würde ich mal sagen, von den Klubs, auf die sie da treffen, ist ausgeglichen Ziel als Klassenerhalt, ist aber halt für viele der Abstiegshandard Nummer 1 Für mich auch, ist auch die zweite Saison nach dem Aufstieg auch nicht einfach Die Voraussetzungen, wie schon gesagt, für mich leider Platz 18 Auf Platz 17 der FC Schalke 04 Auch in ein großes Leider, weil ich würde es mir nicht wünschen, dass wir absteigen Jetzt kommen aber auch zugegebenermaßen drei Klubs, die man beliebig Oder die ich auch beliebig zwischen 15 und 17 hätte hin und her schieben können Wie gesagt, ist extrem schwierig da unten für mich Ist ein Aufsteiger, hat einen ganz ordentlichen Kader zusammen Schröder macht da echt einen richtig guten Job bei Schalke Eben mit den Verhältnissen, die sie haben, mit dem Budget, das sie haben Frage ist eben um die Qualität Gerade eine offensive Treffentierotte Triften, Poltern, so diese Geschichten Trainer auch, mit Frank Kramer Bestimmig Nummer 1 Lösung gewesen bei Schalke Auch da die Frage, ja, oder für viele auch ein Kandidat Für die erste Trainerentlassung, sagen wir es mal so Vorbein im Pokal waren auch ordentlich, gut weitergekommen im Pokal Auch Saisonstadt ist nicht einfach, ist ja klar Ist ja einfach ein Aufstiegsverein so Da ist kein Gegner groß Underdog gegen Schalke Die Saison, muss man einfach so sagen Klassenerhalt sehe ich sehr schwierig Was es rausreißen könnte, wäre So das gar nicht wünschen, vielleicht eine frühe Trainerentlassung Wir reden, was da eben als Trainer nachkommt Und eben vor allem die Fans Und der Hype durch den Aufstieg Zweidigameister, die Fans sind da Da wird jedes Spiel ausverkauft sein Oder gefühlt ausverkauft sein Auswärts richtig Support dabei sein Das wird sehr wichtig sein Um es vielleicht doch noch rumzureißen Um doch mehr rauszuholen Bei mir und meinen Gedanken gerade Aber trotzdem Platz 17 Auf Platz 16 Hertha, BSC, Berlin Zum zweiten Jahr In Folge Ist einfach gerade durchaus Aus der Chaos-Club der Liga Man kann es nicht anders sagen Und es gibt mir so diese Vibes Wie damals HSV Wie damals Bremen Wie damals auch wir der VfB Wo man einfach über Jahre Chaotisch gearbeitet hat Und irgendwann darum gebettelt hat Abzusteigen Gäbe es dieses Rettungsboot Relegationen nicht Wären sie auch unten Und das endet halt irgendwann im Abstieg Wie gesagt, siehe HSV, Bremen und wir Das endet irgendwann Zwangsweise im Abstieg In die zweite Liga Kader und Transferphase Für mich auch so Nichts Halbes und nichts Ganzes Weiß ich nicht, was ich damit anfangen soll Genauso auch mit Schwarz Als Trainer Hatten bestimmt auch Kannte Kandidaten da im Kopf Ist bestimmt auch nicht Nummer 1-Lösung Weiß ich nicht, ob der der große Retter In Berlin ist Oder das Ding Das Ding umdrehen kann in Berlin Die Stimmung umdrehen kann Die natürlich auch jetzt schon wieder Nicht unbedingt am Höchstpunkt ist Pokalplamage in Braunschweig Beim jetzt zweitligisten Aber letztes Jahr noch drittliga Aufgestiegen Also quasi gefühlt noch drittligist Also schon eine herbe Plamage Im Elfmeterschießen ausgeschieden In Braunschweig Und erster Spieltag Könnt es direkt weitergehen Na, wenn man es jetzt negativ sieht Du hast den Derby-Kracher Bei Union Berlin Auswärts Das heißt, wenn du wirklich In eine Pokalplamage reingehst Und dein Derby verlierst Noch eine Woche drauf In der ersten Am ersten Bundesliga-Spieltag Da das alles andere ist Optimal für die Hertha Sag ich es mal so Ist sowieso schon immer Unruhe drin Gerade bei dem Verein Klammerabstieg vorbei Und ich sehe hier gerade tatsächlich Irgendwie die zweite Relegation Platz 16 Platz 15 Der FC Augsburg Auch der Kandidat für Relegation Vielleicht sogar auch für Abstieg Wie gesagt, die drei Klubs Können wir jetzt hier hin und her Switchen, wie man will Aber einfach aus dem Simpen-Argument Dass sich Augsburg wirklich Immer drin hält Scheiß auf Kader Scheiß auf Trainer Scheiß auf die Saison Die halten sich wirklich Ums Verrecken Immer drin Eigentlich immer Kandidat Für Abstieg oder Abstiegskampf Auf jeden Fall Und sie halten sich immer drin Die letzten Jahre Kader Ja, finde ich jetzt Ist jetzt nicht schlecht Aber auch nichts Besonderes So geht der Kader Trainer ist halt unklar Kommt von BVB 2 Hat noch keinerlei Bundesliga-Erfahrung Ganz neue hier In der Liga Mal gucken, ob das funktioniert Vorbereitung war okay Pokal ist weitergekommen Saison-Shot ist durchaus schwer Würde ich sagen Und ja, da ist eben die Frage Ist es mal Zeit Dass es runter geht Nach elf Jahren Erste Liga Wenn man Augsburg kennt Die letzten Jahre Glaube ich trotzdem nicht dran Trotz Trainer und so weiter Platz 15 Platz 14 SV Werder Bremen Der zweite Aufsteiger Aber eben der Aufsteiger Der für mich drin bleibt Oft ist es ja so Dass einer direkt wieder runter geht Und einer bleibt drin Von den Aufsteigern Gutes Transferfenster Also bei Baumann Hat sich echt Weiß nicht Ob mir die Bremen-Fans Zustimmen Aber für mich Hat sich bei Baumann Echt so ein bisschen Die Meinung und das Bild Geändert zu ihm Sehr stabiles Transferfenster Reiche Defensive Mit den ablösefreien Transfers Von Pieper und Stark Vorne hast du auch Dux und Füllkrug Musst du gucken Ob die treffen Da habe ich aber Durchaus mehr Vertrauen Als jetzt beispielsweise In Polter und Terodde Mal gucken, ob mir der Take Hier auch wieder Komplett um die Ohren fliegt Nach der Saison In der Reaction Trainer passt für mich auch Ole Werner Vorbereitung war vollkommen okay Pokal weiter Klar, eng geworden Bei Cottbus aber weitergekommen Saison-Shot ist nicht easy Aber klar, du bist Aufsteiger Wie gesagt, wie auch Schalke Quasi überall der Underdog Erstmal Hype ist aber auch da Weil der Aufstieg da ist Ich habe wirklich ein gutes Gefühl, war der Bremen Platz 14 Platz 13 Der VfB Stuttgart Da kommen dann wir Kommt unser Verein Mein Verein Letzte Saison Wir wissen es Last Minute Klassenerhalt war unfassbar Gegen Köln Das war irgendwie sonst was Aber diese Stimmung Und auch vor allem Noch mehr diesen Zusammenhalt Über die gesamte Saison Muss man mitnehmen Das sagen sie auch tausendmal Das kann was auslösen Wie bei Köln nach der Relegation Die ins Conference League Gespielt haben Soweit denke ich aber nicht Ist ja klar Soweit sollten wir auch Glaube ich nicht träumen Erstmal Wir haben einen talentierten Kader Junge Wilde am Start Fragezeichen natürlich Bei Kaleitsch und bei Sose Ob da Ob die bleiben Ob die gehen Da müsste da noch das Herz Geholt werden Gerüchte um Innenverteiger Backup ist ja da Das ist so wie es ist Die Position wo mir noch was fehlt Oder vielleicht eher Generell eine Defensive Auch das ist das Mittelfeld Von mir aus Und sonst passt der Kader Eigentlich eher Auf der Abgangsseite Eben die die mal Irgendwie gerade so ein bisschen Scheinbar nicht losführt Das ist auch noch so ein Thema In Sachen Transfermarkt Beim VfB Ballerat zwar als Trainer Top Hat auch komplett Das Vertrauen bekommen Vorballung war super Nur Siege in den Testspielen Pokalballer gekommen In Dresden Saisonstadt ist so Mittelschwer Platz 13 Meine Prognose Und das wäre Laut Missler hat Aussage Auch von der Erwartungsteilung Von der Zielsetzung her Mit in Sachen von Unteres Drittel Oder oberes Drittel Wenn man die Tabelle So ein bisschen aufteilt Nach Misslind hat Meinung wäre das Unser Platz 1 Dieser Platz 13 Also nehmen wir mit Auf Platz 12 Der 1. FC Köln Das ist so Komplett überragt Durchaus überperformt Glaube ich Stimmen auch die meisten zu Conference League Qualifikation Sich gesichert Also die Qualifikationsrunde Gesichert Kader Ja weiß ich nicht Ist jetzt nicht der Wahnsinn Sehe ich irgendwie auch In einem Durchschnitt Wie gesagt Finde ich overperformed Letzte Saison Großer Aspekt Ist da natürlich Baumgart Als Trainer Der halt wirklich Aus einem Kader Mit Motivation Viel mehr raus Oder als der eigentlich Drin steckt Meiner Meinung nach Auch Vorbeidung war okay Und dann eben Pokalüberraschung In Regensburg Rausgeflogen Im Elfmeterschießen Regensburg klar Gut reingestellt In 2. Liga Aber trotzdem Überraschung Da als Conference League Teilnehmer rauszufliegen In der ersten Runde Saison Vorstadt ist durchaus Hab ich Eben jetzt auch Die Dreifachbelastung Mit dem Kader Und jetzt eben auch Erst noch die Qualifikationsrunde Zur Conference League Zurich laufen Also die machen Einige einige Spiele Ich denke so hoch hinaus Geht es nicht bei Köln Dieses Jahr Aber auch jetzt nicht Direkte Abstiegsgefahr Platz 12 Auf Platz 11 Der FSV Mainz 05 Die teure Abgänge hatten Gerade in der Invertragung Mit Niakate und Sam Schüst Die haben es aber wohl Ersetzt bekommen Würde ich meinen Das sieht ganz okay aus Kader geht für mich Vollkommen in Ordnung Mit Svetzern Er ist ein passender Trainer Der wirklich auch Sehr sehr gute Arbeit Macht da Seitdem er da ist Sie auch vom Abstieg Gerettet hatte Damals Vorbereitung Pokal Auch völlig okay Wahlgekommen Pokal Alles gut Saison statt Geht eigentlich auch Von den Klubs her Also ja Kann sich viel zu meins sagen Für mich riecht es Wirklich komplett Wenn ich mir Kader anschaue Und so weiter Da riecht das für mich Komplett nach Durchschnitt Komplett nach Mittelfeld Platz 11 Auf Platz 10 Union Berlin Die letzten Saisons Immer überrascht Jetzt sogar in der Europa-Liga Lande Platz 5 Geholt Haben damit die Dreifachbelastung dran Wo man aber sagen muss Klar Hier Beispiel Berlin Jetzt auch gleich Aber generell für Dreifachbelastung Wie es bei Berlin war Wenn du da in der Gruppenphase Rausfliegst Dann hast du die halt auch Nicht mehr allzu lang Diese Dreifachbelastung Siehe Union Letzte Saison waren die In der Conference League Hat man vielleicht vergessen Die waren in der Conference League Sind da aber eben Mehr und minder Sank und Klang Ist in der Gruppenphase ausgeschieden Dadurch war die auch Kein großes Thema Und man hat sogar Eine bessere Saison gespielt Als davor Also muss ich immer Was Schlechtes bedeuten Die Dreifachbelastung Klar wichtige Abgänge Aber nie nach England Prömmel Ablösefrei verloren Aber wie man Union kennt Weil sie eben diese Saison Wieder mal nicht international spielen Also eigentlich die freie Ja freie Zeit haben Keine Dreifachbelastung haben Sich voll auf die Bundesliga Und vielleicht auch ein bisschen Auf den Pokal eben fokussieren können Für mich ist aber so ein bisschen Der Kader Das große Fragezeichen Weil da ist die Frage Gehen noch mehr Jetzt ist ein Bolo weg Geht noch mehr Kommt noch was So der Kader Keine Ahnung Ist ja quasi gleich Wie letzte Saison Itakura geholt Ja okay Vorbereitung Ja war durchschnittlich Würde ich sagen Im Pokal sind sie easy Weitergekommen Aber auch so ein bisschen Ja standesgemäß Vielleicht ein bisschen mehr Standesgemäß So ein 1 zu 9 Ist schon was Nettes Ja aber jetzt auch Nichts Wahnsinniges Trainer muss man mal sehen Mit Daniel Farke Auch völlig neu In der Bundesliga Irgendwie habe ich bei Gladbach Nicht das Gefühl Als wenn die da ganz oben Anschluss finden Trotz dieser völlig freien Saison Einfach weil der Kader Noch so ein bisschen Ein Fragezeichen ist Da könnte glaube ich Noch einiges passieren Bis zum Bis zum 1. September Eben am 18 Uhr Wenn es Transferfenster schließt Saisonstart ist tatsächlich Gut machbar Könnte einen guten Start Mitnehmen Trotzdem ist für mich so ein Naja weiß ich nicht Gladbach Platz 9 Auf Platz 8 Die TSG Hoffenheim Für mich International auch nicht Vertreten diese Saison Haben auch Freiraum Was das angeht Kader ist gut finde ich Ist auch nichts krasses Raum ist noch verloren An Leipzig Für viel Geld Breitenreiter ist für mich Ein großes Thema Weil ich finde Dass der durchaus Underrated sein könnte Mal gucken ob mir der Take Auch um die Ohren fliegt Aber der könnte durchaus Underrated sein Der hat wirklich Gute Arbeit geleistet Finde ich auch in Hannover Auch auf Schalke Für die Verhältnisse Echt okay Klar bei Paderborn Auch sehr gut gewesen Mit Zürich Das erste Mal seit Jahrhunderten gefühlt Die Meisterschaft geholt Der macht schon einen guten Job Ich habe irgendwie ein gutes Gefühl Bei dem Trainer Neuzugang André Breitenreiter Bei Hoffenheim Vorbeidung war ordentlich Pokal am Ende auch okay Weiter gekommen Saisonstart Nicht ganz so easy Ich tippe auf Platz 8 Also knapp an Europa dran Auf Platz 7 Der SC Freiburg Ginter Ablöse frei für Schotterbeck geholt Das ist ein richtig starker Transfer Richtig starker Ersatz Kyrie geholt Auch Doan geholt Sehr sehr ordentlich Streich sowieso Top Trainer Bis wir nicht drüber reden Jetzt tatsächlich Europa League Für Freiburg Wäre sogar fast Champions League Und für mich hat sich dann dadurch auch Oder in den letzten Jahren generell Der Anspruch verschoben Sag ich euch wie es ist Das ist für mich nicht mehr dieser Kleine Abstiegskandidatenverein Von nebenan So wie sie auch so ein bisschen selber Sich präsentieren Dafür ist der Kader einfach schlicht zu gut Mittlerweile so Also Vorbereitung auch Niederlagenlos Ohne Niederlage Ein Pokal weitergekommen Was auch schwer ist Auf dem Bett In der Verlängerung weitergekommen Der Startstart ist Ja ist abwechselnd Von der Schwierigkeit her Meine 10 Meter Dreifachbelastung Ich sehe den Kader eigentlich Für gut genug an Ich glaube nicht Das nochmal Europa League wird Ich sehe aber auch nicht Viele andere Klubs Die wirklich europäisch Sich qualifizieren sollten Und da gehört Freiburg Irgendwie doch dazu Deswegen Platz 7 Das wäre Conference League Auf Platz 6 Der VfL Wolfsburg Was ein deutlicher Sprung nach vorne wäre Im Vergleich zur letzten Saison Die war ja wirklich nicht gut Die war sehr enttäuschend Für die Wölfe Hier wie auch bei Gladbach angesprochen Könnte es sehr wichtig werden Dass eben kein Internationaler Wettbewerb Am Start ist bei Wolfsburg Man kann sich voll auf die Bundesliga Fokussieren Die haben einen starken Kader Jetzt auch im VfL Bezug Ist ja immer Musch zurückgekehrt Zu Wolfsburg Vielleicht spielt er auch eine Rolle Und auch schon im Winter Um sich auch so ein bisschen Den Abschiedskampf noch weiter Vom Hals zu halten Haben sie auch da schon Gut zugelegt Auch da schon Eine heftige Transferphase gehabt Guter Neuzugang Auch auf die Trainerposition Niko Kovac ist zurück in der Bundesliga Das klappt glaube ich in Wolfsburg Ein guter Trainer Vorbereitung auch ordentlich gewesen Sessonstart haben sie die beiden mit drin In den ersten drei Spielen Ist klar Aber eben die anderen beiden Spiele Sind Heimspiele Gegen beide Aufsteiger Schalke und Bremen Also da muss auf jeden Fall was gehen Und ich sehe die Chance Dass dann diese Lücke Vom europäischen Fußball rein Gehen die eben Die Vereine aufmachen Letztes Jahr da waren Weil Köln, Union, Freiburg Wie gesehen Habe ich jetzt nicht direkt wieder Auf 5, 6, 7 getippt Wolfsburg auf Platz 6 Auf Platz 5 Eintracht Frankfurt Bundesliga letztes Jahr Lief nicht so ganz Dafür holt man eben mal Kurz die Euroleague Also nochmal Einfach eine geile Aktion gewesen Muss man so sagen Jetzt spielen die tatsächlich Dadurch einfach Champions League Kader haben sie Extrem stark aufgerüstet So Götze Kolomuani Und viele weitere geholt Und ich finde Die sind ready Die sind auch ready Für Dreifachbelastung Es ist nichts Neues für die Mit der Euroleague Saison Aus den letzten Jahren Das ist nichts Besonderes Für die, die kennen das Interessant auch hier VfW-Bezug Ex-VfBler Onguene geholt Ablösefrei aus Salzburg War es glaube ich Die Vorbereitung passt Pokal war sehr stark Im Magdeburg So durchzukommen Muss man auch erstmal machen Saison stark Direkt die Highlights Mit Bayern Mit Real Madrid Im Supercup Und eben auch die Hertha Noch zum Saisonstart Frankfurt sehe ich Sehr viel möglich Nicht ganz Champions League Die spielen sie ja eh schon In der Liga Vielleicht nicht direkt In die Top 4 rein Aber auf jeden Fall Wieder Europa League Für die nächste Saison Da gehören sie irgendwie auch hin Platz 5 Auf Platz 4 Red Bull Leipzig Letzte 5 Saisons Immer Champions League gespielt Und so ist auch der Kader Das ist ein Champions League Kader Jetzt auch noch Raum dazu geholt Für gutes Geld Und was man eben sagen muss Diesen Sommer Das ist wirklich eine Masterclass In Sachen Abgänge In Sachen Einnahmen Adams 20 Millionen eingenommen Huang 16,7 Millionen eingenommen Gut Mokiele Ist noch so ein anderer Fall 12 Millionen zu PSG Ist noch okay irgendwo Und Braubay einfach Das ist das große Ding Letzten Sommer geholt Von Ajax Ablösefrei Das hat überhaupt nicht funktioniert Ist jetzt zurück zu Ajax Und sie kriegen 16,35 Millionen für ihn Wahnsinn Was sagt Abgegangen ist Auf dem Transfermarkt Für die Große Brobs Gehen da raus Tatsächlich Tedesco Mal sehen Letzte Rückrunde Lief Pokalsieger geworden Aber es ist halt doch So ein bisschen Wie man es auch von Schalke Vielleicht noch kannte Von Tedesco So ein bisschen Ergebnis Fußball Also schön und perfekt Ist was anderes In Leipzig Wenig Testspiele Hatten einen Sieg Gegen Premier League Klubs Auf Hemden war es glaube ich Und auch dann eben Die Klatsche gegen Liverpool Zuhause Pokalsieger gewesen Wie gesagt Deswegen Supercup Statt Pokal Diese Runde 3 zu 5 Vierlage zu Hause Gegen die Bayern Saisontal ist so Mittelmäßig schwer Ich glaube die werden Nicht an die Bayern Hoch rankommen Aber trotzdem weiter Champions League Und damit eben Platz 4 Auf Platz 3 Bayern 04 Leverkusen Konnten ihre Top-Spiele Halten mit Schick Und Diaby zum Beispiel Das ist ein ganz ganz Großes Plus für Leverkusen Und der Kader Ist wirklich richtig Stark besetzt Also ich bin wirklich Großer Fan von dem Kader Tatsächlich Trainer mit Ceoane In die zweite Saison Geht da rein Leverkusen Letzte Saison Champions League Geschafft Qualifikation Champions League Geschafft Das haben sie auch Die letzten Jahre Davor nicht immer geschafft Wenig Testspiele Tatsächlich gehabt Aber dafür ging die Vorbereitung Und dann eben Die große Komplette Pokal-Blamage 4 zu 3 Rausgeflogen In Elversberg Das hat mich Komplett überrascht Und macht so ein bisschen Mein Take kaputt Weil ich wollte eigentlich Noch fast höher hinaus Mit Deverkusen Weil ich sehe Richtig was in dem Team Ich habe richtig Bock Auf diese Mannschaft Dachte auch Vielleicht sogar Platz 2 möglich Nicht an die Bayern ran Nicht erster Aber vielleicht sogar Mal Platz 2 Vizekusen zurück Pokal hat da ein bisschen Man darf Pokal auch nicht überwerten Vorbereitung generell auch nicht überwerten Aber Hat mich ein bisschen geschockt Deswegen bin ich auf Platz 3 Zurück geblieben Mal gucken wie die Saison wirklich laufen wird Haben direkt auch den Saisonkracher Beim BVB am ersten Spieltag Sonst Auftragsprogramm Die ersten drei Spiele Okay Ich bin echt echt gespannt Wie gesagt Platz 3 Und damit eben folgerichtig Auf Platz 2 Borussia Dortmund Hallen zu ersetzen Ist natürlich da quasi unmöglich gewesen Haben aber wirklich auch ein starkes Transferfenster gehabt Schlotterbeck geholt Süle geholt Ademi geholt Aller geholt Auch Top-Transfer Da eben diese riesen Tragik jetzt Mit der Ausfallzeit Natürlich hier auch Gute Besserung an den Kollegen Und da eben jetzt die große Frage Was kommt im Sturm Was machen sie noch Können sie das ersetzen Weil sonst ist da vorne vielleicht auch Aller war der Top-Mann Dem muss man es ersetzen Das ist wirklich ein großes Fragezeichen Da jetzt im Sturm Fragezeichen für mich Auch bei Terzic Muss ich so ehrlich sagen Er ist diesmal nicht der Retter In dem Sinne Also der damals übernommen Pokalsieg Völlige Hype-Phase eingeläutet Noch in den Champions League gekommen Mit Dortmund Das ist ja jetzt anders Jetzt ist er halt von Beginn an Vor der Saison da Man hat eine gewisse Erwartungshaltung Jetzt auch an Terzic Man hat einfach ein gewisses Bild Einen gewissen Hype Wenn dieser Name jetzt bei Dortmund Wieder am Spielfeldrand steht Nach eben auch dem Jahr Rose Jetzt Weiß ich aber trotzdem nicht Ob das so vom Saisonbeginn an Diesen selben Effekt mitnimmt Wie damals Als er eben interimsmäßig Bis Saisonende übernommen hatte In der Saison eben Hab so ein Naja-Gefühl bei Terzic Weiß ich nicht Vorbehaltung war auch so mäßig Die Pokal war souverän Bei 1860 Hier wie gesagt auch Saisonkracher Gegen Bayern 0 für Leverkusen Mit wirklich Fan Vom Transferfenster Hätten nicht die Bayern Quasi noch mehr abgerissen Die ja jetzt an gleich kommen Und an die Dortmund Einfach auch die Saison Nicht drankommt Da glaube ich nicht dran Platz 2 Damit auch Platz 1 Alle Jahre wieder Langweilig wie sonst was Aber so ist es halt FC Bayern München Das sieht auch die Platzierungen hier In der Grafik Ganz lustig aus Einfach 1-1-1-1-1-1-1 Was willst du machen Führt eben An denen kein Weg vorbei Es führt einem Bayern Kein Weg vorbei Klar Lewandowski Ersatz Die Lewandowski Tore Musst du erstmal Ersetzt bekommen Dafür war halt Transferfenster echt heftig Das ist irgendwie Für die Bayern auch Ein krasses Transferminus In das sie bisher reinlaufen Das kennt man so gar nicht In den letzten Jahren Aber sie können es sich halt auch leisten Also es ist gar nicht Irgendwie negativ gemeint Mané De Ligt Gravenberg Masraui geholt Jetzt auch Tell Klar muss man gucken Er ist 17 Wie viele Einsatzminuten Der bekommt Aber natürlich auch Ein riesen Talent Und dadurch Machen eben auch Die guten Transferfenster Oder auch das gute Beibehalten vom Kader Bei Leverkusen Zum Beispiel Auch bei Leipzig Dann doch eben Nicht mehr so viel Hoffnung Wie es vor diesem Transferfenster Der Bayern vielleicht gemacht hätte Oder unabhängig vom Transferfenster Vor dem Bayern vielleicht machen würde Das ist einfach zu krass Das Fenster finde ich Der Kader ist zu krass Von den Bayern Da kommen die anderen Jetzt mal drei Klubs Die ich hier genannt habe Zum Beispiel Nicht dran Glaube ich nicht dran Frankfurt Bayern direkt Ein richtig geiler Saisonstart Auch ein großes Gradmesser Für die Bayern Muss man auch so sagen In Frankfurt Frankfurt Hochgelob von mir Musst du erstmal bestimmen Am ersten Spieltag Bin ich sehr gespannt drauf Hier natürlich Meisterschaft ist gefühlt vorgeplant Da mal gucken Was der Kader In der Champions League reißen kann Vor allem die Bayern Platz 1 Und damit bin ich durch Mit der Prognose Zu dieses Jahr Fand ich ziemlich ziemlich schwierig Letzten Jahre war es tatsächlich Gar nicht so verkehrt Sieben auch in meinen Reactions Immer Auch zu dieser Saison Bin ich gespannt auf die Reaction Dann Aber da war es eigentlich So von Punktzahlmäßig Von Punktesystem her Was wir uns ja aufgebaut haben Gar nicht so verkehrt Also so scheiße War ich gar nicht im Tippen Mal gucken wie diese Saison aussieht Gerne eure Prognose Eure Meinungen In die Kommentare Natürlich an jeden Der neu am Start ist Gerne das kostenlose Abo dalassen Bleiben fürs Zuschauen Und bis zum nächsten Mal